Na hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich hier für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute sind wir hier im Schlund und zwar geht es heute um eine Achievement, was man eine Weile nicht holen konnte, da einfach die entsprechende Quest dafür nicht dort war. Heute soll es nämlich um folgendes Achievement gehen, einmal hier Krippr, ja irgendwie sowas und dann hält Kripprippkrakashelden, so heißt das Achievement, keine Ahnung wer sich den Namen einfallen lassen hat. Wahrscheinlich wird es ein bisschen anders ausgesprochen, ist mir jetzt aber in dem Fall relativ egal. Was müssen wir dafür machen? Helft jedem der folgenden Charakter während der Nachtfee Angriffsquest? Frag mich nicht, wie man das schreibt. Und dafür brauchen wir einmal einen Nightfee Angriff, der ist hier im Schlund, switcht alle dreieinhalb Tage, geht immer von Mittwoch bis Samstag 9 Uhr und dann von Samstag 9 Uhr bis Mittwoch wieder Server Reset, ist dann wieder eine nächste Invasion. Es gibt insgesamt vier Invasionen, heißt ihr müsst beim Nightfee Angriff immer zwei Wochen warten, bis dann der nächste Angriff ist. Ihr könnt bei jedem Nightfee Angriff immer vier Quests erledigen und ja, es ist halt ein Pool von acht, neun Quests, würde ich jetzt mal sagen, oder wie viele sind es immer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Quests sind es sogar. Heißt das dauert ein bisschen, bis die Rotation mal durch ist. Bei der Quest hat es jetzt bei mir tatsächlich drei Monate gedauert, bis die Quest das erste Mal da ist. Und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, was wir da genau machen müssen für. Und zwar müssen wir, wenn wir die Quest angenommen haben, hier in diesen Typen reinhüpfen. Der heißt auch so wie das Achievement, Kripp, 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 Krak, Kack, heißt der Typ. Und damit müssen wir dann ein paar Sachen hier für die Quest erledigen. Aber für das Achievement ist es halt wichtig, dass ihr dementsprechend ein paar Typen findet und denen helft. Und dazu habe ich jetzt hier auf www.head schon schön ein paar Waypoints rausgesucht. Da nehmen wir jetzt irgendeinen Makro. Ist egal, genau. Ich werde euch das, jetzt nennen wir das einfach mal ACM für Achievement und posten hier mal die Koordinaten rein. Ihr seht, hier sind die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Koordinaten. Das können wir uns jetzt mal irgendwo hier in die Leiste ziehen und einmal aktivieren. Dafür habt ihr am besten das Add-on TomTom. Und zwar habt ihr dann hier diese lustigen Symbole. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch mit dem Standard-Interface von Blizzard selbiges Makro rein posten. Müsst ihr halt immer einzeln die Zeilen rein posten. Dann seht ihr halt immer nur eine. Aber das geht tatsächlich auch. So, und jetzt tigern wir los und versuchen diesen Typen mal zu helfen. Also die ganzen Punkte haben wir jetzt hier auf der Map. Und ich sehe gerade, der ist scheiße langsam. Also wirklich richtig langsam. So, ähm, da unten haben wir den ersten. Ist das einer von denen, die wir brauchen? Ja, genau. Das ist der erste. Und jetzt muss ich mal rausfinden, wie man dem helfen kann. Wir haben jetzt hier so extra Button. Ähm. Ui, Schläfer. Okay. Das sind lauter so Tierchen. Können wir mit den Buttons irgendwas machen? Schmeißen wir mal das da drauf. Ich glaube, da passiert nicht sonderlich viel. Ah. Okay, man muss anscheinend das Richtige dann draufschmeißen. Ah. Ist das eine Heilung, oder? Ah, schau mal. Das heilt Verbündeten. Ah. Okay. Also das war jetzt schon mal das Erste. Da haben wir einen Verbündeten geheilt. Dann gehen wir mal darüber zum Nächsten. Ähm. Ich habe auch schon hier in den Kommentaren gelesen, dass es so ist, man soll erst diese Typen quasi den helfen und dann die Quest abschließen. Denn sobald die Quest einmal abgeschlossen ist, kann man den Typen nicht mehr helfen und dann ist halt das Achievement, äh, ja, nicht mehr fertig machbar und dementsprechend müsst ihr dann wieder vielleicht Monate warten, bis diese Quest wieder da ist. Ich persönlich, sag euch ganz ehrlich, äh, finde das ziemlich blöd gelöst von Blizzard, diese, diesen Cycle von den Quests, ne, dass das da so ein bisschen random ist und dass man so lange warten muss. Aber da macht man leider nichts. Deswegen, wenn die Quest bei euch ab ist, dann macht die auf jeden Fall, wenn ihr dann das Achievement haben wollt. So, jetzt muss ich hier den nächsten Typen finden. Da haben wir den nächsten, ähm, Wächter oder Wächterin, das ist anscheinend sogar weiblich, Kota. Die brauchen wir auch. Dann hauen wir wieder die Heilung drauf. Okay. Also das mit dem Heilen, das scheint gar kein Stress zu sein. Man muss die halt bloß einmal finden. Gut. Dann brauchen wir noch vier weitere, oder? Ja, genau. Die sind jetzt da ein bisschen weiter unten. Ihr seht, also hier ist noch einer und da haben wir noch einen und da ist noch einer. Ich lese euch jetzt die Koordinaten hier tatsächlich nicht vor. Ähm, ich werde euch einfach das Makro mit reinposten, dann seht ihr das ja eh, beziehungsweise ich laufe die ja hier einmal alle ab. Ähm, okay. Der ist jetzt hier irgendwo eingesperrt. Was müssen wir da drauf hauen? Wir könnten das jetzt durchlesen oder wir schmeißen jetzt einfach alles drauf und schauen, ob irgendwas klappt. Ah ja. Ich glaub der... Oder hat die Heilung jetzt auch geklappt? Nee, hier der Otter hat geholfen. Ah, das macht es anscheinend. Verbündete werden schädlichen Effekten geläutert und sie werden zwei Minuten immun gegen Bewegungseinschränkende Effekte. Ah, okay. Also da musste man die Otterfähigkeit draufschmeißen. Dann ist er nämlich aus dem CC rausgekommen. Okay, also man muss nicht nur immer die Heilung wirken, sondern tatsächlich dann auch ein paar andere Sachen. Gut, ich kann jetzt nebenbei hier ja trotzdem ein paar Leute heilen, weil das sind doch einige, die man da braucht. Von dem her scheint das kein Problem zu sein. Dann schauen wir mal, der nächste ist anscheinend da unten. Ah, der ist in der Höhle drin. Also da müssen wir ein bisschen rumlaufen. Und dann haben wir hier hinten noch einen, den letzten. Übrigens, das Achievement ist Teil von einem Meta-Achievement und dieses Meta-Achievement wiederum ist dann Teil von einem anderen Meta-Achievement, wo es einen Mount für gibt. Also wenn ihr Mount-Sammler seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir nochmal irgendeinen fiesen Gegner drin. Hier, den Kavir brauchen wir. Der braucht wieder Heilung. Da hauen wir jetzt mal die Heilung einmal mit drauf. Dann können wir den anderen mit dem Otter mal rausschießen hier, oder? Ne, da ist gar keiner gefangen. Okay, das war jetzt Käse. Da haben wir noch ein paar Gegner drin. Okay, die müssen wir wahrscheinlich so nochmal umhauen, aber das mache ich dann später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Typen noch finden. Der letzte... Ach ne, da haben wir noch zwei, die ich brauche, oder? Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, zwei brauchen wir noch. Vier haben wir. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Jetzt will ich mir überlegen, welcher ist näher. Ja, laufen wir erstmal hier oben. Horror-Deer. Laufen wir erstmal zu dem rüber. Aber wir haben auch keinen Speed-Zauber, oder? Ach ne, gut, das heilt den selber. Oh ne, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt heilt er sich. Okay. Das war jetzt Käse. Also Speed-Zauber haben wir leider keinen. Wir müssen da halt so ein bisschen langsam vor uns hinhatschen. Das hilft leider nichts. Mal gucken, wo der letzte abgeblieben ist. Noch so einen Typen, der gefangen ist. Komm, den holen wir mal raus. Wir sind mal so gut. Ihr seht unten übrigens in dem kleinen Bild. Ich bin noch mit dem zweiten Account auch noch unterwegs. Da mache ich die Quest parallel dazu. Falls ihr auch zwei Accounts habt. Das zählt anscheinend hier nicht mit rein. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Also hier müsste eigentlich noch einer sein. Ah, hier ist der. Der ist auch wieder gefangen. Da schmeißen wir den Otter drauf. Dass wir den rausholen können. Okay, das mache ich mit dem anderen auch mal. Und dann müssen wir nur noch einmal quer über das Feld rüber. Und den letzten einmal rausholen. So, wo haben wir dich denn? Der müsste ganz da hinten irgendwo sein. Genau hier. 25, 38. Also ein bisschen schneller hätten sie das Ding schon machen können. Das ist schon arg lästig. Also ich kann euch ja, während wir jetzt hier rüber schleichen, zeigen, was ich meine. Also genau, hier ist das Achievement. Und das ist halt auch Teil hier von in der Offensive. Und in der Offensive wiederum ist halt auch ein Teil von die Ketten durchbrechen. Und dafür gibt es dann halt ein schickes Mount. Da werde ich aber wahrscheinlich eh nochmal ein Video zu machen, sobald ich mit dem Ganzen zurück fertig bin. Leider fehlt mir halt da noch hier ein anderes Quest-Achievement, wo wir noch ein bisschen drauf warten müssen. Und ja, sobald das kommt, kann ich euch dann das Ganze mal in einem größeren Mount-Guide verpacken. Und dann erklären, wo ihr was machen müsst, falls ihr da noch Probleme habt. So, das ist einfach jetzt hier so ein normaler Droide. Den können wir auch nochmal heilen. Aber wo ist mein Quest-NPC? Ah, da oben haben wir den, den Leuchte-Wolf. Den müssen wir dann auch noch heilen. Das ist jetzt leider auf Abklingzeit. Dann töten wir die erstmal. Oder auch nicht. Die haben wir jetzt nur behindert. Okay, dann Heilung drauf. Und tadaa, ihr seht, da ist das Achievement. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil man doch relativ gut weggesload ist mit dem. Aber Achievement ist eingetütet. Und wie gesagt, wenn ihr diese Erfolge angehen wollt, schaut immer bei den Angriffen, was für Quests sind. Nicht, dass ihr es verpasst und dann halt wieder x Monate warten müsst, bis das mal wieder am Start ist. Gut, damit verabschiede ich mich dann für das kleine Achievement-Video, beziehungsweise für den Achievement-Guide. Ich hoffe, ihr findet auch bald die Quest. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Achievement-Guide wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.